Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr auch in Zukunft keine Videos verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir sind jetzt schon mal die 70 Abonnenten und ich würde es riesig, riesig freuen, wenn ihr bis Ende des Monats wirklich 100 Abonnenten knacken würden. Ich versuche auch, übernächste Woche bin ich auf Klassenfahrt und selbst da versuche ich für euch zumindest jeden zweiten Tag ein Video zu machen. Klar, keine News-Videos. Ich hoffe, euch gefallen die dann trotzdem und nachher kommen auch noch richtig interessante Videos. Es gibt super viele Leaks wieder, die aufgetaucht sind und dann natürlich auch noch die Challenges heute. Zwei Videos, weil gestern keins kam und mindestens zwei Videos. Das eine wird sogar ein bisschen länger mit den ganzen Leaks, glaube ich. Sind auf jeden Fall extrem viele und extrem spannend. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt in Item Shop, was dort heute alles drin ist. Wir haben wieder ein paar neuen Emote und dann haben wir hier auf der linken Seite aus dem Focus.z den Focus Skin hier mit dem einen Auge oder mit dieser Augenklappe, dieser großen Augenklappe im Prinzip. Ist ein ganz netter Skin eigentlich. Aber von vorne finde ich den jetzt nicht ganz cool, von hinten finde ich den ein bisschen besser. Ist hier immer relativ schlank und ist auf jeden Fall so ein bisschen Ninja-mäßig. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir Fixierung. Hat einen ganz coolen Sound. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir hier das Dino-Set. Mit dem Dino-Wächter-Skin. Rex. Mit dem Rex-Skin. Dazu passen wir den Schuppig-Rucksack. Ist ein ganz netter Skin, wobei ich ihn nicht als die legendären Skin angestuft hätte. Finde ich da ein bisschen zu teuer. Dino-Commando gefällt mir ein bisschen mehr. Hat auch hier noch, finde ich, ein bisschen cooler mit den Hörnern und allem. Auch das Backpack sieht ein bisschen cooler aus. Finde ich auf jeden Fall besser. Dann die rote Schuppen-Lackierung. Sieht echt eigentlich ziemlich cool aus. Mit dem Rot gefällt mir auf jeden Fall immer richtig gut. Und mit den anderen Farben passt das eigentlich auch ziemlich gut. Ist fand ich animiert. Sieht trotzdem aber cool aus. Dann haben wir noch die Dino-Lackierung. Finde ich nicht ganz so cool. Die Farben sind jetzt nicht mein persönlicher Geschmack. Wie gesagt, ich würde eher die rote Lackierung präferieren. Dann habe ich hier das Headbang-Set. Mit dem Powercourt-Set. Mit dem Powercourt-Skin. Ist auch ein relativ seltener Skin. Ist jetzt aber auch nicht so der allerbeste Skin. In meiner Meinung nach haben sich immer dann viele auch gekauft, weil er selten war. Aber wie es mit jedem Skin ist, genauso wie gestern. Irgendwann kommen die Skins oder so wieder rein. Außer wahrscheinlich beim World Cup-Skin, weil der wirklich exklusiv für 2019 war. Sonst kommt da aber eigentlich so ziemlich jeder Skin zurück. Dann haben wir dazu auch noch die Anarchie-Hacke. Und nur weil er in dem Namen Anarchie steht, muss es nicht bedeuten, dass Anarchie-Eckers zurückkommt. Falls das manche irgendwie denken sollten. Ist aber eine ziemlich laute Picke. Ist jetzt aber auch nicht so meins. Dann gibt es noch Stage-Dive. Ist ja auch ein ziemlich lauter Gleiter. Wird jetzt nicht unbedingt kaufen. Dann haben wir den ausgefallenen Mode. Mit Fortbewegung. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Dann haben wir Wurst-Matt. Auch ein Fortbewegungs-Mode. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Dann haben wir den Wild-Winkler. Sieht ja, ja, spitze gesehen in Ordnung aus. Mit den Leucht-Teilen hier vorne sieht das eigentlich ganz nett aus. Ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Aber Showstopper. Die Musik ist eigentlich auch ganz cool. Die Moves auch gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir die Abtrünnige. Ist so ein klassisches Outfit. Ja, sieht ganz nett aus. Ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Aber die Bodymeisterin finde ich ganz cool. Den Skin hat auch ein Backpack. Und sieht immer ganz nice auf jeden Fall aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal in den Rette-die-Welt-Modus rein. Was dort heute alles im Item-Shop ist. Ich weiß gar nicht, ob schon eine Waffe angekündigt wurde oder noch nicht. Ne, genau. Die Rattera wurde ja schon angekündigt. Wir sehen, ob wir das schon auch hin konnten. Aber hier haben wir auf jeden Fall das Nahkampf-Lamme. Lohnt sich definitiv überhaupt nicht. Dann haben wir hier Event-Gegenstände. Alles gleich geblieben. Hier haben wir jedoch die Rattera. Ist glaube ich eine ziemlich gute... Oder ist eine ganz gute Waffe auf jeden Fall. Ist jetzt nicht die allerbeste. Ist auf jeden Fall aber in Ordnung. Dann haben wir die einziehbaren Bodenstacheln als Falle. Ist auf jeden Fall eine nice Falle. Äh, die Nagelpistole ist jetzt nicht so gut. Die Stampede ist auch nicht so gut. Äh, hier Kontoressourcen sollte man sich immer kaufen. Auf Waffenlagerslots, falls man zu wenig hat. Und hier alles aus den epischen Sachen bis auf die Kontoressourcen braucht man eben halt nicht. Kontoressourcen immer, aber den Rest eher nicht. Ähm, außer vielleicht noch episch Überlebende. Sonst lohnt sich das Ganze aber nicht. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.